Wallah so ist das. Jetzt guck mal wer geht mit dir live. Wallah keiner geht mit dir live. Ist vorbei, hat sich verbrannt. Weißt du wer live geht? Mit mir? Ich bin ehrlich. Entweder du, weil du ein Bruder bist. Oder diese Hunde die bei Nachbarn bellen. Die bellen kurz bei mir. Ja, komm wieder zu dir. Jetzt ich nehme dich nicht mehr ernst. Ist vorbei. Ist in meinen Augen gestorben. In meinen Augen auch Wallah. Hier hier, die ist Sarah, die ist aus Essen. Ibo, du denkst. Warte, warte, warte. Tut mir leid, dass ich unterbreche. Du denkst, ich habe mich gefreut. Oh mein Gott, die hat Bareillo gesagt. Bruder, wenn sie bei eigenen Besitzern nicht loyal ist, denkst du sie wird loyal bei mir sein? Bei Nachbarn? Niemals im Leben, Wallah. Nein, niemals. Bruder, weißt du was Schönes ist? Die Sarah aus Essen. Ich gucke, die hat sieben, sieben Leute bei denen drin. Ich sage, Wallah, Haram. Ich helfe dir ein bisschen, dass sie ein bisschen seinen Weg zurückgehen. Ich sage, Sarah, ich stehe voll auf dich. Ich habe dich heute meinen Traum gesehen. Auf einmal hat die 100, 200, 300 Zuschauer gekriegt. Und danach, auf einmal, ich gucke abends. Und dann, ich hole den mit Yasser rein. Ja, ich hole den mit Yasser rein. Auf einmal, dachte er so, Yasser, ich finde die sehr gut. Ich liebe, ich mag die sehr. Ich habe gesagt, halas, heute nicht schlimm. Ich gucke immer morgen. Bruder, die schmeiß mir noch nicht mal eine Rose. Geht bei Yasser ab und Jaka und spende. Spendet die. Ich schwöre dir. Ich habe gesagt, tschüss. Und dann war ja. Und warum mache ich Fehler? Warum? Weil ich die nicht ballere. Bei Allah, ja. Aber du bist selber schuld, wenn du das nicht machst. Ich muss keine, ich muss kein Mitleid haben. Ilyas! Ich schwöre dir, ich darf kein Mitleid auf diese Leute haben. Ich muss die was ballern. Dann haben die Respekt von mir.